Hallo Freunde und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute zeige ich euch eine weitere Sportübung. Hierzu stellen wir uns ein bisschen breitbeinig hin, winkeln die Arme sozusagen an, also so, wir müssen die Beine zusammenstellen, Entschuldigung. So, dann machen wir einen Schritt zur Seite, machen die Arme runter und gehen in die Knie, dann machen wir die Arme wieder hoch und wenn wir das machen, machen wir den, ja, tun wir unsere Beine zusammen. Jetzt machen wir genau das gleiche auf der anderen Seite, gehen runter und machen es wieder zu. Wie gesagt, also ihr könnt euch immer Musik dazu anmachen, wie ihr das am besten könnt und bei dieser Übung, ja, gibt das eigentlich keine bestimmte Anzahl, sage ich mal, wie viel oder wie wenig ich mache. Also macht einfach so viel oder wenig wie ihr könnt. Ja, bei dieser Übung ist das Gute, dass ihr eben gleichzeitig die Arme und Beine trainiert. Wichtig ist, dass ihr mit dieser Übung gerade bleibt im Rücken und euch nicht allzu sehr krümmt. So, jetzt mache ich noch einen pro Seite. Ja, liebe Freunde, das war es mit meiner heutigen Fitnessübung. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Tschüss!